Warum will Julia solche Spiele eigentlich nicht mit dir spielen? Weil's hier grad auf den Sack geht? Keine Ahnung. Achja? Wusstest du gar nicht, dass die nen Sack hat? Hast du dein Zeichen schon gelegt? Ich bin... Du hast immer noch nicht dein Zeichen gelegt. Na gut. Geh ich schon mal vor und Level ab. Du weißt, wir beide profitieren davon. Ne. Ich mein, ja, ja, doch. Ich zieh da auf mich und ich kann's hier sehen. Ja. Wenn der Scheiß mich in Ruhe lassen würde. WTF? ... 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 Oh, ok. Das ist scheiße gelaufen. Versuch's mit Ring. Wahnsinnig witzig. Ja ok, muss ich dann nachher machen. Hm, muss ich das? Warte mal, wenn du jetzt, ähm, rein theoretisch, wenn du jetzt wieder zurück gehst, dann kommst du doch dahin, wo du zuletzt warst, oder? Dann kann ich dich da gleich wieder aufheben, ich geh nur kurz zurück. Wenn ich Glück habe, ja warte, wie kann ich selber gehen? Weißt du gar nicht, ich zeig dir wie das geht. Das geht so, einfach draufdrücken und... Das ist beim ersten mal passiert, dass ich wieder beim Bonnfeuer ganz am Anfang gespawnt habe, danke für den nichts Arschloch. auch das hast du mir aber gerade nicht gesessen ja ich wollte kurz oben ab die tür wieder zugemacht du idiot das ist ein hund ach deshalb auch nie jetzt muss ich hier unten durchlaufen ach scheiße jetzt müssen die ganzen viecher wieder zulegen hast du ein zeichen schon gelegt jetzt warte ich mal kurz nein ich leg dein scheiß zeichen ich bin gerade bei den schleims du hättest es schon längst legen können nein ich will meine ich will ja dann geh halt zu deinem scheiß bonn feuer du wix wieso bin ich überhaupt zurückgelaufen keine ahnung blöder spaß ich hab mal was zu sagen typisch heimkinder die die muss es jetzt eine welt zurück und hol dich an derselben stellung was macht es dann für den sinn also ja vielleicht sagst du einfach dass du hier runter läuft statt zu sagen ich mach das jetzt warte mal ich sag dir nichts nichts sage ich dir wichser das ist irgendwie komisch dass sie einfach so ein bonfire ist ohne irgendwas mit magie das problem ist ich beherrsche keine magie wahrscheinlich ist da irgendein weiterer weg den man mit magie öffnen können ja zumindest ach so das steinschwert ist auch noch magisch steinschwert oder kristallschwert das steinschwert von diesen steinriesen ja was mein zeichen ist beim bonfire gesetzt ja ich sehe es hast du gut gemacht rum rum ja da lass dein handy vom headset weg jetzt habe ich die ganze scheiße verpasst mir in die arsche richtig gut 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 Vielen Dank.